Hi! Und ich wünsche euch jetzt auch noch im Sinne des Jahres ein wundervolles neues Jahr 2022. Ich hoffe, dass dieses Jahr etwas leichter wird für die Leute, die nicht so wie ich einfach, ja, sowieso sich nichts geändert hat durch Corona. Ich hoffe, dass einfach jeder, der, der, ja, ja, dass jeder dieses Jahr noch, dieses nächstes Jahr, das jetzt kommt, etwas Tolles erlebt. Und ja, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes neues Jahr und einen guten, guten, ich will euch keinen guten Rutsch wünschen, weil ich immer noch total Angst habe, dass wenn mir jemand einen guten Rutsch wünscht, dass der dann ausrutscht. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und ein gutes Ankommen im neuen Jahr. Und ja, wir sehen uns. Bis dann im nächsten Jahr. Tschüss!